moin leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinen kanal danke dass du da draußen wieder eingestellt ist und ja heute geht es weiter mit der 5m reihe und zwar habe ich heute eine informationsstelle also ein guidebook für euren server und wenn wir zum beispiel hier stehen können wir das ganze hier schon mal öffnen und so sieht das dann aus ja hier haben wir auf jeden fall den willkommensreiter können wir uns natürlich alles noch übersetzen dazu kommen wir dann gleich hier haben wir einmal die server news ja falls ihr einen event geplant habt könnt ihr so die spiele halt auch noch mal informieren und hier haben wir das wichtigste natürlich die jobs und so die so beschreibung zu den jobs so das heißt hier könnt ihr das ganze euch natürlich so schreiben wir es halt möchtet und ja mehr ist es auch nicht und wir können das ganze ich habe jetzt hier unten so ein blip am arbeitsamt her und wenn wir jetzt hier hingehen können wir das ganze mit ihr einfach öffnen wir haben die möglichkeit so das ganze mit einem command auszuführen oder mit der f8 konsole können wir das ganze auch ausführen wir können allerdings auch noch weitere blips hinzufügen also position dazu gucken wir uns schon mal die config an also hier können wir das ganze halt auch mit einem key zu belegen so das heißt wenn wir jetzt alt f7 drücken dann öffnet sich das menü halt auch zack so hier haben wir den command so den können wir natürlich auch uns anpassen wie wir wollen hier können wir das ganze mit escape so dann machen wäre dann wie ein pause menü ja können wir natürlich auch auf true machen wenn wir es auf false machen ist es halt aus und auf true ist das natürlich dann auch an hier haben wir die blips ob die halt angezeigt werden sollen und hier haben wir noch mal die location ja so es wird halt jetzt momentan nur eine angezeigt weil das ganze hier aus kommentiert wird ja wenn wir uns jetzt die restlichen auch noch anzeigen wollen auf der karte so dann können wir hier so das einmal entfernen und hier unten auch noch mal die zwei klammern entfernen und somit haben wir es dann auch aktiviert somit haben wir drei positionen auf der kompletten karte die könnt ihr natürlich hier auch noch anpassen mit der blip farbe blip form die koordinaten haben wir hier und hier haben wir die übersetzung halt wie der blip heißen soll ja hier könnt ihr die reichweite halt einstellen also in welchem bereich man so das ganze dann öffnen kann ja so viel zu der config gut ich würde sagen wir kommen auch direkt zur installation link wie immer unten in der video beschreibung und dort ist auch der fast der ersteller mit verlinkt ja wenn wir das ganze einmal heruntergeladen haben dann müssen wir aufpassen und zwar wir gehen einmal in die zip und hier ist minus main noch dahinter wir gehen aber noch einmal in diesen ordner rein und hier befindet sich dann das script und so das ziehen wir dann auf den desktop anschließend gehen wir wie immer in den resource ordner und ziehen einfach diesen ordner in den resource ordner jetzt kopieren wir uns hier noch den namen vom ordner raus und gehen dann in die server cfg hier müssen wir das ganze jetzt nur noch einmal starten speichern und schließen jetzt müsst ihr nur noch den server neu starten und ihr habt das script schon erfolgreich auf euren server installiert jetzt würde ich sagen gucken wir uns noch einmal halt an wo wir die ganzen bilder dann hinterlegen können und bearbeiten können so das können wir hier machen und hier sehen wir schon alle bilder die es überhaupt gibt auf für diesen script und die könnt ihr miteinander austauschen oder noch sachen hinzufügen ansonsten was ziemlich wichtig ist wo wir überhaupt den text und die beschreibung und so weiter und so fort ändern können so das machen wir sind in der html so das können wir einfach mal öffnen und wie immer alles schwarz markierte können wir natürlich bearbeiten und übersetzen ja und hier haben wir zum beispiel den willkommens reiter hier könnt ihr das ganze auch komplett auf deutsch übersetzen hier haben wir den newsreiter wenn ihr jetzt noch ein reiter haben wollt dann könnt ihr das ganze hier einfach kopieren ja und euch dort unter wieder einfügen und so das ganze ein wenig bearbeiten und dann habt ihr einen vierten reiter ja wie gesagt hier haben wir die ganzen police mechaniker etc pp jobs und hier haben wir die so beschreibung von den jobs ja und hier haben wir die komplette so beschreibung hier können wir zurück und hier haben wir den job ja und das gleiche ist halt für so den medic job für alle anderen jobs dann auch feuerwehr job etc pp ja gut mehr ist das auch nicht gut leute falls euch das video soweit gefallen haben sollte dann lasst doch wie immer einen daumen nach oben da kommentieren abonniere nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten folge wieder haut herein und ciao ciao bis zum nächsten mal